So, meine lieben Zuschauer, einen wunderschönen guten Nachmittag heute hier zum 6. Dezember. Nikolaus lässt grüßen oder ließ grüßen bislang und wir wollen uns heute jetzt hier mal den Dow Jones angucken, wo wir vorhin schon eine Live-Analyse in den Orbit gejagt haben, die denn da hier in dieser Erscheinung auftrat. Nochmal kurz hier der Tagesschart. Dow Jones gestern, wie gesagt, allzeit hoch. Wir sehen hier die JFD-24-Stunden-Indikation. Insofern sind hier, wie gesagt, Preishochs und Preistiefs durchaus leicht abweichbar, weil wir hier sozusagen indikativ über die Nacht, über die Asia und über die European Sessions sozusagen den Dow Jones hier sozusagen mittracken. Nichtsdestotrotz sehen wir hier jetzt leichte Schwäche, die sich durchaus auch noch ein Stück weiter fortsetzen kann, denn, das wird einer oder andere auch schon mitbekommen haben, wir haben zwar saisonal einen bullischen Monat vor uns, der allerdings erst in der nächsten Woche rein zyklisch und saisonal bedingt durchstartet. Insofern könnten die kommenden Tage auch durch leichte Rücksetzer geprägt sein. Wir achten auch hier insbesondere auf Donnerstag. Die EZB-Sitzung kann hier natürlich enormen Schwung bringen. Zwar jetzt nicht so relevant für den Dow Jones, aber natürlich auch in gewisser Art und Weise tragen dafür. Letztlich aber hier die aktuelle Situation. Wir sehen jetzt hier gegenwärtig gleiche Schwäche und es scheint durchaus möglich, dass wir hier einige Rücksetzer vollziehen könnten. Warum komme ich drauf? Auch, ich hatte es in dem Artikel angedeutet, das will ich Ihnen jetzt mal zeigen, weil wir hier die FUZI-Vektor-Logik zum Dow Jones haben, die hier im Sinne des heutigen Handelsverlaufs, Schrägstrich im Sinne des morgigen Handelsverlaufs, hier durchaus Rücksetzer in Richtung 19.000, 25.000, 19.000 zulässt. Das heißt, der Markt könnte hier rein statistisch saisonal und anhand der FUZI-Vektor-Logik nach unten wegbrechen, um hier eine mögliche Einstiegschance dann zu generieren. Denn wenn wir jetzt mal auf den Daily Chart umschwenken hier, Moment, jetzt habe ich das falsche Setup geladen, hier auf den 4-Stunden-Chart, da sieht man es besser, sieht man, dass nach leichten Rücksetzern hier generell eine sehr, sehr bullische Tendenz sozusagen vor Augen liegt. Und ja, das heißt, die Rücksetzer, die sich hier unter Umständen darstellen, sind gute Einstiegsmöglichkeiten. Und das ist hier, wie gesagt, auf Tagesschart-Basis schon mal dargestellt. Ich habe hier praktisch einfach mal dieses Low vom 15.11. genommen. Man hätte auch hier beispielsweise das Tief hier vom 11.11. nehmen können. Macht den Brei jetzt nicht so dick. Letztlich ist das hier nach diesen starken Aufwärtsschüben, nach diesem Ausbruch über 18.600, hier so eine gewisse Konsolidierungszone, was ich jetzt hier als Basis sehe, um im Kontext des gestrigen Hochs hier sozusagen die Fibus aufzulegen. Und da geht mir es mehr um diese Spanne hier, die sozusagen eine mögliche Kaufzone darstellen könnte, als eben hier um genau den punktuellen Dreh- und Wendepunkt. Den wird es sowieso nicht geben. Insofern wollen wir da hier einfach mal ein Stück weit mit einer Zone arbeiten, die sich, wie gesagt, wenn die Schwäche sich tatsächlich weiter fortsetzt, sozusagen hier in diesem Bereich darstellen könnte. Und das erscheint mir ein schönes Level für einen möglichen Entry, wenn er denn hier überhaupt in diese Region zurückkommt. Denn man darf unterstellen, dass bereits hier bei 19.100 Punkten, da sehen Sie hier, schon ein leichter Support hier auf Tagesbasis ersichtlich wird. Das heißt, passt auch idealerweise mit dem 38er Fibonacci Retracement zusammen. Das heißt, der Index könnte im Prinzip hier auch schon sozusagen wieder nach oben aufdrehen und nach so leichten Rücksetzern beispielsweise seine Rallye nach oben beginnen. Es sieht aber, wie gesagt, ganz gut aus. Und heute sehen wir, wie gesagt, leichte Schwäche nach den gestrigen Hochs. Und jetzt gehen wir mal hier dazu in den Stundenchart. Gleiches Bild, wie gesagt, aber jetzt eine Kerze eine Stunde. Und wir haben hier aktuell einen Bereich, der, wenn man den sozusagen hier indikativ eben fortsetzt, eine sehr, sehr interessante Zone darstellt. Und das lässt jetzt mal mutmaßen, dass wenn wir hier, jetzt gehen wir hier deutlicher unter 19.200 runter, wenn wir uns jetzt hier nicht wirklich in Bälde wieder fangen, nach oben aufdrehen, dass der Index sozusagen dann hier, ja, diese Etage, gerade auf Stundenbasis sehr schön ableitbar, 10.115, 10.110 hier ansteuert. Das wäre zumindest Intraday auch im Zuge der negativen Fuzzi-Vektor-Logik ein mögliches Ziel. Also kurzfristig scheint mir hier eine Konsolidierung möglich. Der Dow Jones sozusagen hier unterhalb von 19.200 meines Erachtens, ja, mit Schwäche gesegnet. Kann also heute hier noch ein Stück weit tiefer gehen. Sieht ganz interessant aus in dieser Richtung. Das Ganze wäre erst hinfällig, wenn wir hier die heutigen Hochs rausnehmen. Ja, das ist klar. Da haben wir auch die Trendlinie gebrochen. Und dann wäre sicherlich weiteres Aufmerzmomentum denkbar. Sehe ich aber, wie gesagt, vor dem Hintergrund der Fuzzi-Vektor-Logik und dieser technischen Ausgangslage gegenwärtig nicht. Dennoch, hoppala, alles mal weg. So, dennoch sollte man den Dow Jones mal im Auge behalten. Der, wie gesagt, auch hier mit einer gewissen Outperformance auf jeden Fall daherkommt. Sich, wie gesagt, sehr, sehr interessant darstellt. Und wir wollen mal sehen, wie der Tag endet. Letztlich, wie gesagt, leichte Schwäche gegenwärtig. Und sind auch hier beim S&P 500 insbesondere schwach. Der nächste G100 kommt hier so mit Plus-Minus-Null raus. Der Tag ist ja auch noch jung. Was haben wir heute noch zu erwarten? Termintechnisch ist von der konjunkturellen Seite hier alles abgearbeitet. Dann heute Abend Neuseeland und Australien vielleicht nochmal ein Thema. Betrifft jetzt aber die US-Indizie eher weniger. Also insofern ist hier eigentlich alles durch. Technisch bedingt könnte es, wie gesagt, durchaus zu Gewinn mit Namen kommen. Ja, meine lieben Zuschauer, das wäre es im Prinzip gewesen für den Short View auf den Dow Jones. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Ausklang des Tages. Wenn Sie mögen, nachher gibt es noch ein JFT Webinar zum Thema Add-ons. 17 Uhr, kostenfreie Anmeldung möglich über unsere Webseite, wenn Sie denn noch das Interesse haben. Ansonsten hören wir uns gewiss morgen wieder. In diesem Zusammenhang wünsche ich schon mal einen schönen Feierabend. Auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Und Tschüss. Vielen Dank.